Die Selexon Leinwand Motorhome Cinema ist für den professionellen Einsatz im Heimkino oder im hochwertig ausgestatteten Seminarraum konzipiert worden. Die Leinwand eignet sich zur Wand- und Deckenmontage. Mit der mattweißen Beschichtung und einem Genfaktor von 1,2 wird eine sehr gute Farbreproduktion erreicht. Das schwere, mattweiße Tuch gewährleistet eine ausgezeichnete Planlage. Die Motor Professional hat eine schwarze Maskierung und eine lichtundurchlässige Rückseite. Die Leinwand ist in den Formaten 1 zu 1, 4 zu 3 und 16 zu 9 erhältlich. Sie wird inklusive Infrarotfernbedienung und Wandsteuerungsbox geliefert. Selexon Leinwand Motorhome Cinema.